Es ist 10 Uhr und ich wurde heute Nacht so richtig von Mücken zerstochen. Das war so richtig ekelhaft gewesen. Hier waren so richtig viele Mücken. Die haben mich so richtig zerstochen. Das war voll scheiße gewesen. Hier habe ich heute gepennt, direkt neben der Schutzhütte. Das war außer den Mücken cool gewesen. Alter, hier sind überall Mücken, die uns zerstochen hier. Das ist hier gar nicht klar. Die meiste Zeit des Weges sind hier überall Mücken. Das ist richtig beschissen hier zu sein. Das ist eine voll Kultur. Aber die ganzen Mücken, die nerven rum, die stechen uns und sowas. Die sind voll scheiße. Die ganzen Mücken müssen weg. Guck mal, es ist windig. Wenn hier Wind drauf strahlt, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, dann können keine Mücken dran stechen, weil die wegfliegen. Also die werden hier von Wind weggeweht. Genau, deswegen ist das hier gerade Mücken frei.